Grüß euch! Weiter geht's! Und zwar auf der Jagd nach dem Sakayev! SS und die US Marine Joint Operation Er soll untergetaucht sein! Und trotzdem finden wir ihn! Ich bin ganz hoher! Ganz der Papa! Sakayev Stone, Commander der Ultranationalisten im Kampf! Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm! Wer Loyalist-Kamera weiß, wo sich der Junge aufhält! Und der Kleine weiss, wie wir Sakayev finden! Die Sünden unserer Väter! Ist das nicht scheisse? Abgefuckten Trainingsanzug! Der kleine Terrorist, der Terrorist-Junior! Den Kontrollpunkt! Den werden wir jetzt einmal einnehmen an den Kontrollpunkt! Sop auf den Müll! Welche meinen uns denn? Da, die da! Okay! Geht schon! So! Dann haben wir mal der Lerik! So! Dann schauen wir da! Er war oben! Nummer uno! So! Ah! Gut geht! So! 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 Oh! So! 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 G36 ist mir da schon bedeutend lieber. So, die haben einen immer nicht. Wo ist denn der? Da stehen vier Typen da, einen gegenüber. Noch immer nicht. Sag mal, wo ist denn der? Ja, ist der jetzt wieder da drinnen? Ist der da noch drinnen? Da ist er versteckt. Sackgesicht. So, gibt es da noch Munition für den Prügel? Nö. Keine Munition. Wäre ja auch zu schön. Also los. Also los. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Da ist ein Spiel gesteckt. Dann verwende ich ihn mal und schau da rein. Du, Oberrusto. So, was haben wir da gemacht? Ah ja, da haben wir jetzt dann einen Hinterhalt aufgebaut. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl anzugebe. Für den ganzen AKF mit dem topmodischen Trainingsanzug. Der Oberterrorist und dann rennt er in die ungefackten Klamotten um. Da ist er. Da wichser. Da bist du. Na Leiband, das ist jetzt noch leichter zu unterscheiden, was eigene und feindliche sind. Weil ich habe das, was jetzt noch gleich ausschauen. Na ja. Warte, 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 warte. Wo? Ich sehe noch gar nichts. Ah, da. Ja. Da ist noch einer. Da hinten kommen auch noch welche. Da kamen welche. Oh, jetzt fahrt man der da. Mit dem Jeep in den Turm rein. Oh, Sturz. Na ja. Oh, ich bin benommen. Da jetzt. Bewegt dich. Der Typ mit dem Trainingsanzug kommt. Na ja, auch nicht schöner wie der Vorwanderer. Also. Ja, ja. So. Den Brügel da mal nachladen. Den RPD-Party. So. Okay. Guter Junge. Toter Junge. Okay. Okay. In diesem Gebiet. Du wirst es vorfeindlichen verwenden. Over. Gut. Er will schon die schwere Artillerie. Okay. Gseh. Gehen. So. Gehen wir da mal ins Haus rein. Oh. Oh. Das ist ein Peppert. Die Zakajev. Dürfen wir nicht da. Da wischen. Den muss ich da leider am Leben lassen. 6 Uhr. Ja. Lustiger. Ist das wieder zurück? Ja. Ja. Was reden die da eigentlich die ganze Zeit? Ach. Er wieder der Zakajev-Urschl da. So. Ah. Jetzt kommen Hunde. Okay. Na gut. So. Jetzt machen wir es so. Da auf der anderen Seite des Zaunes. Und wir schleichen uns von hinten ran. So. Nachladen. Da oben noch rein. So. MP5. Wie viel Schuss haben wir mit der MP5? Mehr. Gut. Dann nehmen wir die. Ah. Sack. Okay. Gut. Wir müssen weiter, dass uns der nicht davon rennt. Da der. Ah. Da ist auch noch einer. Erst stirb endlich. Schon drei Magazine gefressen und rennt noch immer um. Dumm. Gut. Was war denn das? Scheiß Fahrzeug. Eieieieiei. So. Da kommt es für Leute. MP5. Nachladen. Da oben haben wir gesagt, haben wir einen Blender rein. Was? Ja. Ja. Was war denn? Wo sind die restlichen? Sehe ich nicht. Gut. Also weiter müssen wir. Weil das geht ja auch auf Zeit. Ah. Habe ich zuerst schon gesagt. Ah. Ah. Der eigene wieder. Da ist er. Da links da oben. Da. Bitte nicht wieder das Auto explodiert. Da ist er. Bei der Mülltonne. Bei der Mülltonne. Fick dich. So. So. Was ist das? Rausdeckung. Achtung. Wir verlieren ihn. Los. Da oben ist jetzt so ein blödes Maschinengewehr geschützt. Wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position im vierten Stock. Aber da haben wir Gott sei Dank Luftunterstützung. So. Okay. Okay. Bestätigt. Ziel beim Betreten eines fünfstöckigen Gebäudes gesichtet. Ah. Er schießt da immer raus. Aber das kann ich ja auch freuen. So. Okay. Viel beweglich im nordästlichen Teilesgebäude ist erster Stock. Kontakt überrede diese Kretia. Radischeske Granata. Okay. So. 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 Okay. So. 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 So, die haben wir erledigt. Eieieie, noch welche. Schiebe ich da nicht durch die Gegend? So. Weiter geht's. Wir jagen noch immer den komischen Typen da. Da oben ist er. Gut. Dann gehen wir in die nördliche Ecke. Oh, Maschinengewehr. Oh, 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 oh. Okay, dann gehen wir weiter, wenn alle ausgeschaltet sind. Hoppala. Wir haben sie ja kaputt. So, und auch diese Mission neigt sich dem Ende zu. Und weiter geht's dann wieder im nächsten Part. Tschüss, da bläst sich das Hirn raus. Ehe nicht schott drum. Gewachsen war er da eh nimmer mehr. Und schöner war er da auch nimmer geworden. Also. Was hat er mir für Böck getan? Ah ja, die sind... Oh, der Trainingsanzug. Voll asozial. Ich kenne den Mann, er wird es nicht unterantworten lassen. Verschwinden. Ja, tschüss.